Hallo, ich bin die Nathalie und ich bin heute beim lieben Christian beim Wunderwasserlicht von Weimar, hier in diesem wunderschönen Jugendstilbad. Und wenn ihr ganz viele tolle Tipps haben wollt, dann abonniert den Channel. Ja, ich bin heute eine Meerjungfrau und ich gehe jetzt gleich wieder ins Wasser. Ja, ich bin heute eine Meerjungfrau. Ja, ich bin heute eine Meerjungfrau. Ja, ich bin heute 느�age. Ja, ich bin heute alleine. Da ist ein millennium, gestellt. Ja, ich bin heute miteinander. Ja, ich bin heute Familien. Ja, ich bin heute Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ganz wichtig ist, als Unterwassermodelfotograf, damit man wirklich gute Bilder macht, ist, dass man Kaffee dabei hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, hier steht nochmal, bitte vor Benutzung der Becken nackt duschen. Aufgepasst, ich kontrolliere das nämlich auch. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt spricht so viel für euch in das Wasser. So, Martin, heute Aktfoto mit der Krone. Also, Christian ist bereit. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020